Akzeptiert Kamala Harris Spenden von Coinbase? Kryptowährungen gewinnen im US-Wahlkampf an Bedeutung und auch die Kandidaten erhalten Spenden aus diesem Bereich. Kamala Harris profitiert nun von Wahlkampfspenden aus der Kryptobranche, darunter Spenden von Coinbase. Alesia Haas, CFO von Coinbase, bestätigte, dass Harris indirekt Spenden von Coinbase durch einen PSC erhält. Coinbase kooperiert mit dem Future Forward Pack, um Kryptospenden zu akzeptieren, was einen Wandel in der Kryptopolitik signalisiert. PX können auch unabhängige Werbekampagnen für Kandidaten wie Harris starten, um deren Wahlchancen zu erhöhen. Traditionell galten die Demokraten als weniger kryptofreundlich, doch die Unterstützung von PCs könnte das ändern. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.